Ich war die erste hier, das war 9 Uhr in der Früh und ich habe die Galerie aufgesperrt, die Gitter, alles und natürlich die Allerlage, ich habe ausgeschaltet, alles und ich wollte einen Spruch machen zu Wohlzeilen, nur die Bettwäsche. Und ich habe die Alarmalange gelassen, also nicht eingeschaltet, nur normal war ausgeschaltet. Und nach einer halben Stunde, ich komme wieder zurück und ich habe nicht gewusst, zwischen jemand war die Nathalie und sie wieder eingeschaltet, die Alarmalange, und ich war langsam zu spät und natürlich Alarm. Und ich habe nicht gewusst, Alarm, ich habe ausgeschaltet, wieder zurück und ich komme hier drüben, in Kutscherer Wohnung. Und nach 15 Minuten oder 15 Minuten, ich habe mein, ich höre Frau Zetkovich, Theresa, Theresa und hinten eine Reihe Polizei. Die Polizei, das waren sieben Personen, oder? Zwei Frauen und fünf Männer. Sie hat geschrieben, warum, warum, so, die laufen, so wie Verrückte überall suchen und die eigentlich hier gefunden, auch die, äh, den Zaun. Ja, die sagen, das ist natürlich, warum das ist hier, ich habe gesagt, ich weiß es nicht, das ist Kunst, welche Kunst und natürlich die prüfen alles. Sie hat alles mitgenommen und eine, 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 wie ist das, die, so wie Visitskarte oder so, das war eine Nummer. Ich wollte nicht zu viel reden mit der Polizei, weißt du, wie ist das. Genau, und haben die Polizisten und Polizisten irgendwie gesagt, ja, das gehört uns? Das gehört uns, ja, genau, ja, 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 das gehört uns, ja, absolut, warum ist das hier? Warum ist das hier? Und ich habe gesagt, das ist ein bisschen längere Zeit hier, aber das war gestohlen. Alles das mitgenommen und kommt nur ein Polizist, Polizist, Polizist mit mir und eigentlich war nett, hat alles das geschrieben, zu schlucken, aber ich war ein bisschen aufgeregt und ich habe gesagt, entschuldige, was ist das, sie auf mich bitte entschuldige, ich arbeite hier. Sie haben die Verantwortung gegenüber, also der Galerie, dass nichts verschwindet und beschädigt wird. Andererseits hat die Polizei ziemlich viel Macht und macht Angst natürlich. Logisch, logisch, logisch. Und haben Sie versucht irgendwie so mit der Polizei zu handeln? Ja, das zu sagen, naja, das ist, das gehört der Galerie jetzt. Ja, ja, ich habe das gesagt, aber das war nicht zum Reden. Weniger Reden ist besser. Sie haben den Künstler gekannt und die Polizei und sie haben sich einander nicht gekannt. Und wenn Sie eine Art Richterin wären. Welche Seite ich stehe? Wem würden Sie Recht geben? Ehrlich gesagt, die Seite der Polizei hat ein bisschen Recht, oder? Okay. Na ja, wann ist das verboten? Und eigentlich, das war alles in der Galerie, dass ich glaube, die Polizei hat Recht. Das ist gestohlen? Das ist gestohlen. Das meinst du? Ja. Also, das war eigentlich Zufall. Ja. 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 Ey.